Also du stellst dir nochmal vor, auf einer großen Bühne zu sein, rappst weiterhin Laute, die nur stimmlos sind. Also nur stimmlose Laute in alle Richtungen. Super, super. Stimme, Atmung, Körper, wach, großartig. So, jetzt nimmst du die stimmhaften Laute dazu, das heißt W, Z, B, D und G. Also W und Z, eher so ziehende Laute, B, D, G, punktuell. Z, B, B, G, D, D, B, T, C, 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 C. Du bist gar nicht dabei. Z, C, 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 C. Findest du selber irgendwann ein cooles Ende? Untertitelung des ZDF, 2020